Hast du schon gehört? Was glaubst du, wer die Europameisterschaft 2024 gewinnen wird? Schreib deinen Tipp in die Comments. Dardan und Loredana stehen beide zum Underdog Albanien. AZ war sogar im Stadion und hat sich das Game Albanien gegen Kroatien live gegönnt. Massiv postet ein Foto von sich im Deutschland-Trikot. Auch Chris Savas, Bushido und Family und Casey Rebel stehen zu Deutschland. Jawoll Junge, gleich das 3-0. Für Summer Jam ist ganz klar die Türkei nach ihrem Sieg auch ein Mitfavorit. Und was sagen US-Treamer Speed und Hertha-Spieler Nada Jindawi? Auch Ali Boumaier steht zur Türkei, sagt aber auch, dass es eine saftige Überraschung geben wird. Was glaubst du, wer die Europameisterschaft 2024 gewinnen wird? Schreib's in die Comments. Für mehr Rap-News macht das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.